Das neue Modell von Nike Wash Run, jetzt im Original. Wow! Was an diesem Modell so besonders ist, erfahrt ihr jetzt. Warum ich mir diesen Nike Schuh bestellt habe, hat drei Gründe. A, er gehört zur Wash Run Modellreihe und somit ist die Laufeigenschaft von den Schuhen der Hammer. Die zweite Eigenschaft ist, es ist kein typischer Laufschuh, zumindest vom Design her. Also, wenn ihr euch ihn anschaut, seht ihr, es geht eher Richtung Business Fashion Style. Und ich habe es ausprobiert, man kann ihn schon wirklich zu einem Anzug anprobieren. Oder auch abends, wenn man schick weggeht und nicht unbedingt in die Disco, wo es egal ist, wo man hingeht. Und ja, wo ich ihn das erste Mal in der Hand hatte, dachte ich so, wow, der DJ hatte recht. Und das ist der dritte Punkt. Denn ein guter Kumpel aus Paris, ein DJ, hat mir den Schuh empfohlen. Und wie die ganze Geschichte zusammenkommt, findet ihr auch nochmal im Detail in der Videobeschreibung. Ich schreibe es euch natürlich im Artikel. Und ja, es gibt von den Schuhen natürlich noch mehrere Farbvarianten. Und wo ihr diesen Schuh am günstigsten für euch bekommen könnt, sozusagen, das erfahrt ihr im Artikel. Wer es nicht erwarten kann, kann jetzt schon direkt jetzt auf den Schuh klicken und kommt ja wahrscheinlich direkt zu Nike, wo er euch ja sofort bestellen kann. Oder ihr könnt natürlich jetzt direkt auf mich draufklicken und erfahrt, ja, wo es entweder den Schuh am besten am günstigsten oder wie ihr ihn am günstigsten bekommt. Und noch ein paar gute Fashion-Outfit-Tipps zu diesen Schuhen. In diesem Sinne, viel Spaß mit den Schuhen. Schaut ihr euch an. Richtig gute, hochwertige Bilder mit Makroaufnahme findet ihr auch im Artikel. Schaut es euch an. Ich bin begeistert. Und ja, ich muss aufpassen, dass ich ihn abends, bevor ich ins Bett gehen, ausziehe. In diesem Sinne, viel Spaß mit den Schuhen. Ich bin begeistert. Und I love it.